Die Sängerin heißt Melina Kanner, die ist eine bekannte griechische Sängerin, in Thessaloniki geboren, lebt in Athen und hat wunderschöne Alben gemacht und den Song, der ist auf einem Album von 1996 drauf, als A Cappella und ist im Ursprung ein griechisches Liebes, Volkslied und sie sagt sinngemäß sowas wie, du hast mir beigebracht, wie man liebt und dazwischen immer Amman, Amman, was sowas wie O.W. ist und eigentlich aus dem arabischen Kopf, wie der griechische Musik ist. Ich habe eben arabisch geprägt, du hast mir beigebracht, wie man liebt, jetzt bring mir bei, wie man lebt mit einem gebrochenen Herzen als getrennte Person. Ich hatte dieses A Cappella geschickt bekommen, schon vor über 10 Jahren, in einer geflossenen Liebe und fand das wunderschön und habe mir irgendwie vorgestellt, damit muss irgendwann mal was passieren und dann war ich zum Schreiben in Tel Aviv. Die Tour kam für ein paar Tage vorbei und ich hatte ein Fragment zu diesem Song, dann fragte er mich, um wen es da eigentlich geht, weil das alles so ein bisschen nebelös und unkonkret war. Ich habe ihm diese Geschichte erzählt und im Tour Schamanier hat er nach diesem A Cappella gefragt und dann haben wir damit angefangen rumzuarbeiten, das runter zu pitchen und er hat es dann zusammen gecuttet. Und er hat es dann zusammengefasst, wahrscheinlich geht es wieder causing problemas. Dann stimmt das, manchmal weiß ich dieser 소fisch. ена in Polix von Opa. Dann ist es das, manchmal going F étaient wir, wenn ich hier mit euch parahllische Wolfen, was da約繰огда? Nein? Vielen Dank.